hallo herzlich willkommen zur heutigen live veranstaltung von fernstudiuminfos.de mein name ist marcus jung und heute geht es um die euro fh genauer gesagt im schwerpunkt und den bachelor of science wirtschaftsinformatik und wir werden uns auch noch den master of science business intelligence and it integration dazu freue ich mich als gesprächspartner von der euro fh herrn professor doktor ink detlef buchholz hier bei mir begrüßen zu dürfen guten abend ja hallo herzlich willkommen herr buchholz der buchholz ist professor für digitalisierung und wirtschaftsinformatik an der euro fh und studiengangsdekan für diese beiden studiengänge die ich gerade erwähnt habe den bachelor wirtschaftsinformatik und auch diesen master business intelligence and it integration darüber wollen wir heute im schwerpunkt sprechen und wenn ihr dazu fragen habt dann stellt die gerne im chat wir werden mal schauen ob wir die zwischendurch mit aufgreifen spätestens aber am ende ja ich sehe gerade eine erste meldung gibt es hier schon einen guten abend von robert picture ich bin gespannt und freue mich auf das interview viele grüße aus geörlitz ja dann auch viele grüße von aus hamburg und aus gummersbach nach geörlitz genau viele grüße in die lausitz ja wasser buchholz sie haben schon einen weg eine geschichte im bereich des fernstudiums und wir beide sind uns auch schon vor ja 23 jahren erstmals begegnet ich damals als student an der wilhelm büchner hochschule im studiengang informatik sie auf der anderen seite quasi auf der seite der hochschule viele stationen seitdem im präsenzstudium aber doch auch wieder im fernstudium und jetzt dort auch zurückgekehrt ich möchte sie bitten sich zunächst vorzustellen ihrem weg so bis hierhin und was sie dann letztlich auch aktuell an die euro erfahrer schlagen ja vielen dank ich versuche es möglichst konzis hinzubekommen ich habe in saarbrücken studiert informatik ende der 80er anfang der 90er dort zunächst bei günter hotz und dann später mehr und mehr in die kai gehend bei professor walster und war dort auch an dem von ihm mitgegründeten deutschen forschungszentrum für künstliche intelligenz fast zehn jahre eingebunden mit verschiedensten projekten im bereich ja grafik sprach datenverarbeitung musik datenverarbeitung und nach der promotion ende der 90er wenn ich an die wilhelm büchner hochschule gegangen und habe da tatsächlich rückblickend ist es die ehre am allerersten informatik studiengang der klett hochschulen mitwirken dürfen an dem aufbau in dem auch sie einer der ersten wenigen hundert studierenden waren damals noch für fernstudium ist das wenig ein paar hundert und war dann dort 2008 dekan für alle ingenieurwissenschaften schließlich also es gab so ein bisschen einen aufstieg dort und da hatten wir dann aber auch schon 5000 studierende in ganz vielen verschiedenen bachelor master studiengängen und dann wurde ich zum präsidenten an der staatlichen fachhochschule frankfurt gewählt habe dort meine sechsjährige amtszeit verbracht mit einem übergangsruhestand und hat eine anschlussverwendung als geschäftsführer an der universität kassel für transfer und ja so unschamant das vielleicht gegenüber den lieben lieben kollegen in kassel klingt das fernstudium fand ich dann doch wieder immer interessanter und schon 2015 habe ich wieder an der euro fh dann angefangen als lehrbeauftragte weil das war spannend auch die euro fh hatte dann wieder eine it aufbauen wollen das waren zunächst management studiengänge mit it bezug also da sind die auch schon viele jahre dabei mit einer sehr lieben kollegin der professorin isabel schaller und dann habe ich auch immer mehr dazu genommen irgendwie war es die annabelle büchner hochschule und habe dann schließlich mal vorgeschlagen wollen wir nicht auch die wirtschaftsinformatik an der euro fh einführen das passt eigentlich war sehr anschlussfähig an das bislang entwickelte it portfolio das war der nächste konsequente schritt und die geschäftsleitung fand das eigentlich ganz ganz interessant hat natürlich trotzdem eine professorenstelle offen ausgeschrieben auf die ich mich dann beworben habe aber ich war dann schon vertretungs prof gewesen habe schon an dem studiengang wirtschaftsinformatik bachelor of science gearbeitet und mich dann aber erfolgreich beworben habe dann im märz 21 den ruf auf die professur erhalten und im februar 22 konnte schließlich dann der studiengang wirtschaftsinformatik erfolgreich starren das war so im schnelldurchlauf wenn ich irgendwas übersprungen habe gerne nachfragen ja vielen dank ich glaube das gibt einen ganz guten überblick wie viele verschiedene seiten sie auch schon kennengelernt haben und ja vielleicht auch ganz interessant so die perspektive aus dem präsent studium zu kennen und dann da auch beide richtungen mit einfließen lassen zu können ja jetzt sind sie an der euro fh sitzt in hamburg ich glaube sie selbst sind immer noch so in der gegend eher der willem büchner hochschule ansässig wie sieht es jetzt auch so von ihrer arbeitstätigkeit sind sie dann jetzt auch hauptsächlich in hamburg vor ort so wie heute abend für unser gespräch oder sind sie da auch teilweise oder sogar überwiegend remote tätig ich habe eine home office professur das ist ein neues modell dem aber schon viele viele professuren der euro fh gefolgt sind ich arbeite also von zu hause habe dort aber es ist ein echtes home office das heißt es ist ein ein abgenommenes arbeitszimmer das alle materialien notwendig enthält und auch arbeitsschutz mäßig abgenommen worden ist also auch formal also keine mobile einfache mobile tätigkeit sondern ein echtes büro und es ist schon ein sehr schönes privileg das von zu hause aus zu machen und es ist aber auch kein widerspruch zur tätigkeit weil unsere studierenden sitzen studieren zu hause und an ganz vielen plätzen eigentlich weltweit wenn man es darauf anlegt und also zum beispiel man auf einer baustelle ist oder einem auslandseinsatz kann man dort auch weiter studieren und jetzt sind auch die professoren remote und wir sind zwei tage pro monat vor ort anwesend das ist sehr wichtig um trotzdem das team building voranzubringen oder auch dinge zu tun die nur vor ort gehen ja interessant so jetzt aus der professoren sich dann auch an der stelle was auch viele studierende berichten dass es schön ist und viele auch an wegen an aufwand und auch an kosten letztlich spart wenn man nicht ständig durch die gegend fahren muss also als studentin dann zu präsenzveranstaltungen vielleicht aber auf der anderen seite dass es doch schön ist sich zumindest gelegentlich mal zu sehen weil hat doch so gerade das informelle und das was so gleich neben dem meeting noch so passiert und auch die informationen sind da doch noch anders passieren kann dass wenn es jetzt so rein virtuell ist und es ganz schön ist wenn man dann so ein bisschen die mischung da auch noch das stimmt also wir haben ja seminare die wir anbieten präsent und online wahlweise also wer wirklich unbedingt und da gibt es viele gute gründe 100 prozent online studieren will der kann das auch machen aber wer sagt die präsenz ist mir wichtig auch für die vernetzung unter den studierenden da bieten wir seminare dann halt auch präsent an es fängt ja an mit dem einführungsseminar dass jeder bachelor studiengang hat und ich erlebe das dort weil ich das selbst gebe also zumindest den den teil ja den vernetzungs teil und die einführung in das studium wo ich dann auch so kleine gruppen arbeiten schon vorbereitet habe ja wo man das schon erproben kann und wo sich dann gruppen selbstständig bilden und das sind tatsächlich am ende auch vernetzung die das ganze studium hindurch halten also das sind menschen die dann gemeinsam lernen und oder auch dann wieder sehen dass sie zum beispiel in bestimmten praktika die das studium ja auch vorsieht sich dann auch synchronisieren da auch dann wieder teilnehmen und dann wieder dort lerngruppen bilden und daran sehe ich dass das sehr wichtig ist weil im fernstudium ist man ja technisch betrachtet erst mal alleine man hat das man kriegt sein material nach hause dort sitzt man erst mal alleine so und wenn man auf schwierigkeiten trifft dann hat man seine fach tutoren und tutoren immer zur seite darunter auch ich in vielen modulen und das ist zwar ganz nett und schön aber diese man nennt das ja peer group also sich untereinander mit dem im selben in selben erleben miteinander zu sehen und und austauschen zu können das finde ich sehr sehr wichtig ja lebe ich auch mal wieder auch gerade jetzt bei fernstum infos de das einfach gut tut auch mal in höhen und tiefen irgendwo sich nicht alleine zu führen dann erfolge teilen zu können und vielleicht auch mal ein bisschen trost zu bekommen es gerade mal nicht so gut ja hier gibt es zwischendurch noch einen gruß diesmal aus dem norden aus seebetal bei hamburg axel weg auch an dich einen schönen gruß zu ja wenn wir jetzt auf diesen bachelor wirtschaftsinformatik schauen als ich den auch angekündigt habe vor einiger zeit bei mir eine community beziehungsweise es war ein community mitglied das das entdeckt hatte dass diesen studiengang auch gibt da kam so die frage auf naja die will im büchner hochschule die gehört ja auch zur klettgruppe genau wie die euro fh beide haben jetzt ein studiengang wirtschaftsinformatik machen die sich da jetzt intern irgendwo konkurrenz oder etwas allgemeiner gefragt wie grenzt sich dieser studiengang der euro fh ab von anderen angeboten die es ja auch außerhalb der klettgruppe im fernstudium gibt was sind so die besonderheiten ihres studienangebots und was ist ihnen auch besonders wichtig bei diesem studiengang ja also mit dem blick auf auf meinen auf meinen kurzen überblick vorhin in meine vita habe ich die euro fh schon eine weile lang beobachtet und gesehen wie sie halt mehr und mehr it komponenten in die management studiengänge aufgenommen hat gleichzeitig ja auch studiengänge wie psychologie aufgebaut hat soziale arbeit und ich fand es sehr konsequenten schritt zu sagen wie kann ein wirtschaftsinformatik studiengang aussehen der von diesen kernkompetenzen profitiert das heißt ich möchte da tatsächlich einen ganz neuartigen studiengang haben und er hat mich gar nicht mal die frage bewegt auch wie könnte man das irgendwie hinkriegen und hinbiegen dass man sozusagen neben dem willem büchner studiengang wirtschaftsinformatik der auch seine berechtigung hat noch was neues abgewinnt sondern mich ich war ja lange zeit auch sprecher des hochschulnetzwerks bildung durch verantwortung also mehrere staatliche universitäten und und fachhochschulen sich überlegen okay wie können wir gemeinsam gesellschaftliche transformation mitgestalten und das bewegt mich auch in der wirtschaftsinformatik also dass man sagt nicht nur die technik der technik wegen und die unsere prozesse natürlich sehr hilfreich sortiert und unsere datenhaltung positiv beeinflusst und 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 rationiert ja sondern wo kann man noch stärker dazu kommen darüber nachzudenken wie technik dem menschen dient und wie die vielen vielen neuerungen die es in der digitalisierung gibt also bis hin in dass die die ki immer mehr bereiche bei uns auch steuert also chatbots autonomes fahren und so weiter und so weiter wie kann das in gelungener weise in den dienst der menschen kommen und wo gelingt das auch nicht und man muss über digital detox sogar nachdenken wieder ja das hat mich bewegt und diesen diesen eigenen studiengang zu gestalten und der hat dafür auch neben den natürlich wichtigen brot und butter modulen die man braucht ja datenbanken betriebssysteme coding software engineering business engineering das gehört alles dazu aber dass man auch module hat wo man kritisch reflektiert über über digitale neuerungen und wie man die ja einerseits gewinnen bringt aber auch für unser gelungenes leben gut in einsatz bringt so und da das waren so die grundgedanken habe ich gedacht da gibt es bestimmt auch eine zielgruppe die das bewegt also man 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 sieht das auch mehr und mehr also früher ich weiß noch an der will im büchner hochschule es ging um karriere und dann studiert man informatik und man kommt weiter man kriegt seine gehaltserhöhung und das hat alles auch seine berechtigung aber ich merke dass in der gesellschaft immer mehr auch darüber nachgedacht wird ja was will ich eigentlich von meinem leben wo passe ich eigentlich genau hin welchen sinn hat das und ich habe halt versucht einen studiengang zu kreieren der darauf hilft antworten zu finden natürlich selbstständig ergibt nicht die antworten sondern befähigt einem diese antworten vielleicht diesen diese antworten aufzuspüren und ich glaube da gibt es da draußen eine große zielgruppe die das auch bewegt und ja und selbst wen das nicht bewusst bewegt ja und wer sagt ist mir eigentlich gleich der bekommt trotzdem einen studiengang auf technisch absolut auf der höhe und unser zukunftsweisend der einen mit allen notwendigen grundkonzepten versorgt und der einfach da auch eine solide weiterbildung ist und das zu verbinden dass das unterscheidet aber dann trotzdem das angebot der will im büchner hochschule ja vielen dank interessant also wirtschaftsinformatik aber gar nicht nur informatik im sinne von technik und auch nicht nur wirtschaft im sinne von viel geld und karriere sondern ich habe da auch ganz viel ja mensch und gesellschaft raus gehört was ebenfalls da ihnen wichtig ist mit diesem studienangebot genau sie haben die zielgruppen am rande schon gerade angesprochen vielleicht noch mal im detail was sind so die zielgruppen die ihnen wichtig sind oder wo merken sie auch aus welchen zielgruppen kommen die interessierten und vielleicht studierenden jetzt und von der gewichtung her der module geht das dann doch mehr in den bereich it oder wirtschaftsmanagement oder halt auch diese anderen bereiche die sie gerade schon angesprochen haben auch die wir auch gleich nochmal ein wenig zu sprechen kommen werden ja also um vielleicht sozusagen alle abzuholen erst machen wir die klassische zielgruppe also die meisten unserer studierenden das beobachte ich wie gesagt in den über 20 jahren fernstudium sind eigentlich schon tätig also wenn wir es jetzt mal bei der wirtschaftsinformatik sehen ja haben es schon vielleicht mit datenbanken zu tun oder mit programmierung sind fachinformatikerinnen oder informatiker und wollen aber weiterkommen entweder in der karriere ja die klassische gehaltserhöhung die klassische beförderung oder vielleicht auch sich ein quer ausstieg quer einstieg ermöglichen indem man einfach sich klassisch weiterbildet und aber auch bis zu einem hochschul zertifikat eben dem bachelor of science wir beobachten gleichzeitig das ist auch glaube ich jungen ihre wo unsere gemeinsame beobachtung schon damals gewesen ein ungewöhnlicher hoher frauenanteil weil in unserer gesellschaft immer noch die rollenbilder so sind leider die rollenbilder so sind dass frauen nicht immer gleich für informatik und ingenieursberufe auf den weg gebracht werden dann später erkennen meistens mit zu 30 ja ach da ist noch was was man machen könnte und dann ins fernstudium gehen da haben wir also klassischerweise dann auch diese zielgruppe mit dabei aber natürlich auch die barrierefreiheit ja also inzwischen kann man ja studienbriefe sich auch schon vorlesen lassen also hörgeschädigte sehgeschädigte also hörgeschichte lesen sehgeschädigte lassen sich vorlesen und wie gesagt dass man auch nicht in ein gebäude muss so da haben wir erstmal alle abzuholen das klassische klientel ohnehin im fernstudium das wir hier ansprechen darüber hinaus wie gesagt geht es um ein klientel das an den an den themen interessiert ist also bei der digitalisierung auch noch weiter hinter die kulissen zu gucken fängt damit an dass wir zum beispiel ein ganz bewusst als paukenschlag an den start gesetzt haben das modul datenkompetenz also übersetzt data literacy dass man überhaupt etwas über das wesen von daten erfährt was kann man damit machen was darf man damit machen wo geht es in die daten ethik wo kann ich zum beispiel zwei dinge die sowohl erlaubt sind als auch technisch möglich trotzdem hinsichtlich sinn und zweck ja auch für unser leben oder für eine technische lösung hin kritisch hinterfragen welche frameworks helfen mir dabei welche überlegungsmuster helfen mir dabei das habe ich bewusst an den anfang des studiums gesetzt oder in dem natürlich notwendigen modul grundlagen der informatik wo ich auch ein bisschen algebra verpackt habe aber auch theoretische informatik verpackt habe alles so dass es einen nicht gleich sozusagen erschlägt wie das auch in vielen studiengängen ist die einen erstmal semesterweise mit mathe quälen bevor es losgeht habe ich bewusst auch ein studienbrief zum thema philosophie untergebracht um dort auch zu vermitteln also zum einen erstmal dass viele modellierungstaktiken kommen aus der philosophie uml geht wenn man es richtig zurückverfolgt irgendwann mal auf die erlanger schule zurück ja in der wichtige wichtiger zweig in der in der philosophie und dass man das einmal erkennt aber auch erkennt wie gesagt dass die technik im endeffekt zu unserem gelungenen leben und gelungenen zusammenleben ja eigentlich beitragen soll und dass man das auch kritisch reflektieren kann bei allem was gerade so an technischen neuerungen und konzepten entsteht und auf die welt kommt und auch auf den markt kommt zum teil und also da sieht man schon dran dass das mir sehr wichtig ist und ich glaube dass das spricht auch noch mal ein klientel an nicht jetzt über den die klassischen karrierewege wie gesagt die auch dabei sind die mit abgedeckt sind natürlich sondern auch klientel die an bestimmten themen interessiert sind die andere studiengänge nicht anbieten und den studiengängen gibt es 400 mal in deutschland also insofern da noch mal sozusagen eine alleinstellung zu finden ist nicht einfach aber hier habe ich wie gesagt aus einem ganz klaren bedürfnis dann etwas glaube ich ganz gutes gestrickt ja interessant also das thema ethik das habe ich schon ein stück weit auch erwartet dass das ein bestandteil ist philosophie hätte ich jetzt erstmal ihrer wirtschaft informatik ja nicht vermutet aber es passt ja sehr gut wie sie es gerade auch erläutert haben und es gibt da viele anknüpfungspunkte ja ich würde dann so ein bisschen auf die lehre schauen wie das ganze vermittelt wird und da auch noch mal ein zwei anmerken oder fragen aus dem chat mit einfließen lassen zum einen ich habe es gerade schon mal kurz eingeblendet von kevin kam die rückmeldung dass er studiert an der euro fh und kann ihn auf dieser buch als sie nur bestätigen dabei trotz fernstudium gibt es viele möglichkeiten sich zu vernetzen und somit fühlt man sich nie allein da auch noch mal aus dem studierenden leben schon eine rückmeldung und es gibt eine frage die auch so ein bisschen in richtung vernetzung austauschmöglichkeiten geht das ganze muss ja nicht immer in präsenz vor ort sondern kann auch in gewissem rahmen virtuell passieren dann wenn es halt synchronen veranstaltungen vor allem sind also man sich in echtzeit austauscht so wie wir jetzt auch hier und da die frage hier von axel dick gibt es auch live webinare bei der euro fahr und ich mache es noch mal ein bisschen spezieller jetzt in ihrem studium ganz klar ja die gibt es und wir haben da eigene begrifflichkeiten und also das webinar das online seminar und die unterscheiden sich in der und das online tutorium sorry das habe ich noch vergessen also erstmal sozusagen die veranstaltung mit einem relativ hohen frontalanteil also die erstmal auch wissen vermitteln aber natürlich auch die teilnehmenden zur mitarbeit und zum eigenen nachdenken anregen und auch kleine gruppen arbeiten daran vorsehen aber der große unterschied zwischen denen ist der anteil des synchronen also so ein webinar zum beispiel ist rein synchron da trifft man sich tatsächlich wie wir das jetzt machen in einer live situation mit mit der dozentin dem dozenten und erörtert ein bestimmtes thema also ich gebe zum beispiel alle sechs wochen montags abends ein ein webinar zum thema objektorientiertes programmieren ja nur um ein beispiel zu nennen dann gibt es aber wie gesagt die online seminare die dann so kleine synchrone anteile enthalten aber zwischendrin selbst tätiges arbeiten auch in gruppen die sich aber asynchron organisieren also über den online campus oder auch 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 über freie medien mit sich ja und dann aber zum ein bestimmten meilenstein termin dann da sind und zwischenschritte präsentieren oder oder auch einen schulterblick wir nennen das so schulterblick termin vereinbaren mit der dozentin wo man dann sagt ja man kann schon mal einen zwischenschritt präsentieren und sind wir auf richtigen wege dass man dann eine rückmeldung bekommt das kann man dann frei terminieren und je nachdem wie stark diese synchronität oder asynchronität ist also synchron live und das asynchrone ist so nicht ganz zeitabhängig haben wir da unterschiedliche begrifflichkeiten und und auch einen entsprechenden mix im angebot und es ist zusätzlich so dass wir jetzt gerade bei den online seminaren auch immer alles parallel als präsenz anbieten nicht genau zum selben termin das geht so alternierend und zwar aus dem grund dass man dass man trotzdem sagen kann also bei aller bei einem willen zur vernetzung gibt es immer noch studierende die sagen ich möchte durchweg online ich habe nicht so viel urlaub freie tage oder die entfernung ist so groß ja ich möchte es darauf anlegen ich möchte 100 prozent online studieren das soll ermöglicht werden und dann gibt es natürlich auch die berechtigte frage von vielen studierenden die sagen ja ich möchte mich aber auch mal wahrhaftig mit dozentinnen und dozenten treffen und vor allem mit meinen mit studierenden mich austauschen oder ich brauche tatsächlich die hilfe in der präsenzsituation ganz ad hoc ja so programmierlabor ist typische typische situation jetzt komme ich gar nicht weiter ich will jetzt ad hoc auch von vom dozierenden eine hilfe bekommen die das die das abfragen und deswegen bieten wir das parallel an und also man sieht schon es gibt eine vielfalt an formen ja wie die sozusagen die lehr einheiten abseits des abseits des klassischen studienbriefes wie wir das organisieren bis hin zu kleinen lehrvideos die mit qr codes in die studienbriefe untergebracht sind sodass man da statt sich jetzt zwei seiten etwas durchzulesen klassischerweise zum beispiel auch installationsanleitung oder oder kalibrierung von bestimmten softwaren die man bei uns bei dem labor at home benötigt ja bevor ich da zwei seiten schreibe oder drei mit 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 screenshots ist es viel einfacher viel natürlicher wenn ich das einfach mal mit einem screencast vorführe wie man installiert wie man kalibriert wie man damit umgeht das sind so kleine lehrvideos wie gesagt die dann immer tatsächlich als echter multimediamix in die streambriefe eingebaut sind über wie gesagt die online tutorien über die webinare über wbts natürlich auch web-based trainings ja das sind praktisch ja studienbriefe die ganz übertragen werden in einem wbt gibt es eine vielfalt an an methoden mix wo wir immer versuchen darauf zu achten dass sozusagen je nach inhalt der vermittelt werden soll und je nach dann erforderlicher didaktik wir dann auch die angemessene form anbieten an der stelle und ich glaube ja die nachfrage spricht dafür sich dass uns das immer so einigermaßen gut gelingt ja auch gleich die rückmeldung hier von axel dick vielen dank interessante vielfalt also eines die vielfalt zum anderen auch die wahlmöglichkeit dass man individuell schauen kann möchte man es ganz von zu hause aus machen oder kann es man es nur von zu hause aus machen oder halt das ein und andere dann auch in präsenz sie haben gerade auch schon erwähnt das ist mir als ich im vorfeld mit dem konzept beschäftigt habe auch aufgefallen es gibt dieses labor at home auch das heißt labor veranstaltungen können auch von zu hause aus durchgeführt werden wie läuft das ab wie kann ich mir das vorstellen ja also das ist tatsächlich jetzt der große renner im moment gar nicht mal nur in der informatik wo wir schauen das was ja früher klassischerweise in laboren gemacht haben also man kommt hier hinter ist der klassische computer pool oder terminal pool ist es natürlich nur noch inzwischen und man sitzt dort und und hackt wie kann man das zum teil dort wo es sinnvoll ist und auch machbar nach hause verlagern so dass jemand auch die software nach hause bekommt das ist übrigens auch eine lizenzfrage wo bekommt man lizenzen her einzel lizenzen die man studierenden zur verfügung stehen stellen kann die sind meist dann in der summe teurer als wenn man einfach nur ein pool sozusagen mit 15 plätzen vorhalten muss aber das da gibt es mehr und mehr angebote inzwischen und das betrifft nicht nur die programmier software das betrifft auch modellierungs software also das klassische business process modellieren bis hin auch zur unternehmensarchitektur diese softwaren da schauen wir dass man halt das studierende die nach hause bekommen oder im online campus lizenzen abfragen dann natürlich installationsanleitung bekommen und dann entsprechende übungen zu hause machen wobei immer in den modulen fachtutorielle betreuung ja quasi kontinuierlich abrufbar ist über den online campus also dass man dort fragen stellen kann die tagesaktuell beantwortet werden beziehungsweise wenn es hakt das habe ich auch hin und wieder mal aber trotzdem selten aber ich biete das an dass man auch dann einfach mal eine zoom schaltung machen muss bis halt eine software zu hause läuft ja wenn es wenn es ein hartnäckiger fall ist oder vielleicht dann doch in ein exotisches betriebssystem wo man erstmal sagen muss ja okay das müssen wir jetzt ein bisschen kalibrieren aber soll ja bei jedem zum laufen kommen und dann kann jemand auch selbstständig die übungen machen wie gesagt immer mit der option tutorielle betreuung abzufragen auch während der übungen und das verringert für uns klingt erstmal sehr mühsam für uns weil man sagt okay jetzt müssen alle individuell betreut werden aber es verringert unseren aufwand weil die seminar organisation und so weiter wegfällt und auch diese ja dieser zwang zur synchronität zur live situation wegfällt und es verringert auch den aufwand doch auch bei den studierenden und gleichzeitig kompetenz gewinnen weil man muss selbst installieren man muss es selbst zum laufen bringen man ist natürlich auch erst mal im ehrgeiz die übungen selbst zu schaffen und ja es hat hat eigentlich eigentlich eine reihe von vorteilen und ich habe es eben angedeutet es gilt übrigens nicht nur für die informatik sondern jetzt keine werbung machen für die wille büchen hochschule aber die arbeiten tatsächlich schon an der virtuellen virtualisierung sozusagen selbst von messtechnik laboren ja wo man wo man vorrichtungen nach hause gesandt bekommt wo man seine übungen machen kann und richtige experimente natürlich immer mit sicherheitsvorkehrungen auf die man hingewiesen wird und so weiter und wo man dann die vorrichtungen wieder zurückschicken kann also sowas gibt es auch schon also wir denken hier sehr sehr vielfältig darüber nach da wo wir früher hohe präsenzanteile hatten wo studierende manchmal auch zu blockveranstaltungen ja also ein zwei drei wochen urlaub nehmen mussten um irgendwo ein 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 ja jetzt bin ich in der ingenieurswelt ganz kurz ja ingenieurs labor wahrzunehmen da versuchen wir tatsächlich zu schauen dass wir solche labore virtualisieren oder wie gesagt so gestalten dass man sie zu hause selbstständig durchführen kann also einer ist dann zu hause diese labore aber wenn ich das richtig verstanden habe auch gar nicht mehr zum festen zeitpunkt wo dann alle gemeinsam arbeiten sondern quasi auch da freigestaltet wenn es gerade passt oder gibt es da dann auch mal veranstaltungen wo man zusammenkommt wo man vielleicht auch mal gemeinsam im projekt an einer sache an einer größeren sache vielleicht arbeitet also nach anforderung beides also wenn jetzt jemand beispielsweise erst mal hingeführt werden soll python oder tensorflow oder java oder wie auch immer ja in eclipse intellij japan notebook was wir da alles einsetzen ja erstmal seine ersten schritte zu machen und da reinzukommen das und die grundkompetenzen zu erwerben da ist es sind es individuelle labore dass man die übungen einfach mit der software zu hause macht und dann gibt es natürlich die projektsituation wo wir wo wir anspruchsvollere themenstellung bewusst von teams bearbeiten lassen wollen wo also zu dem kompetenzgewinn auch die fähigkeit zum arbeiten im team gehört auch mit den dingen die abseits des technischen passieren also die rollen aufteilung die rollen führung selbst führung fremd führung und so weiter da haben wir natürlich trotzdem team arbeiten aber auch in solchen team arbeiten wird dann mit tools gearbeitet mit denen irgendein werk anzufertigen ist also entweder eine modellierung oder eine e-business lösung ja das bin ich jetzt schon vorgreifend bei meinem master den sie vorhin schon angesprochen hatten da haben wir sowas enthalten oder einfach auch wie gesagt eine programmieraufgabe eine anspruchsvollere die im team gemacht werden soll da sind auch die lizenzen bei den jeweiligen studierenden zu hause aber sie arbeiten im team ja programmieren sie haben es jetzt einige male erwähnt auch einige beispiele schon gegeben es ist ein wirtschaftsinformatik studiengang keine reine informatik dennoch so die frage programmieren gehört denke ich irgendwo dazu einige freuen sich vielleicht besonders darauf und sind enttäuscht wenn es dann doch nicht so viel ist wie sie denken andere sagen das will ich eigentlich gar nicht so viel in welchem umfang werden programmiersprachen gelernt auch in welcher tiefe vielleicht dort und welche programmiersprachen sind es auch die in das studium integriert sind also ich habe für beide ansprüche was und das regel ich über die über schwerpunkte also einmal ist es so ohne dass man schon einen schwerpunkt gewählt hat wird man natürlich an die programmierung in java in c++ in python in tensorflow in r herangeführt also python r das sind ja ganz wichtige programmiersprachen für das arbeiten mit daten also auch am ende für die data science für die für die big data verarbeitung und tensorflow zum beispiel für steep learning machine learning und so weiter das hat man da alles natürlich nicht nur einfach das sture code schreiben sondern auch natürlich die ganzen techniken die dazugehören also das programming und das arbeiten mit mit apis mit containern und 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 natürlich auch dann die die meta konzepte das testen also dass das fehlerfrei konzipieren das testen das qualität sichern und auch natürlich das software engineering mit mit seinen vorgehens modellen bis hin in die agile welt oder das arbeit mit micro services und 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 so da wird schon richtig viel programmieren gemacht ich würde sagen eigentlich nicht weniger als in einem herkömmlichen informatikstudiengang und das ist auch wichtig gleichzeitig vermitteln wir aber das vielleicht immer noch auch im grundstudium auf den grundstudium bezogen dass wir wissen dass eigentlich in deutschland jetzt kommt ein klischee das trifft aber leider sehr sehr verbreitet zu in deutschland oder überhaupt in mitteleuropa konzipieren wir software klassischen software engineering das heißt wir modellieren die lebens und geschäftswelt die am ende abzubilden ist durch die software und 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 zu steuern ist und geben eigentlich das eigentliche coding farshow also nearshore nach spanien aber meistens auch farshow nach indien und also dieses bewusstsein wie man damit umgeht ja das ist ein globalisiertes team arbeiten die software ist ja irgendwann wieder da muss getestet werden muss abgenommen werden so das sind sehr sehr wichtige punkte dass das integrieren wir natürlich und da sind wir jetzt immer noch im stammstudium wer jetzt noch mehr möchte wer jetzt also wirklich abgefahrene hardware nach programmierung machen möchte oder schnittstellen zu datenbanken wirklich im detail erarbeiten möchte vielleicht also natürlich auch für entsprechende ebusiness plattformen wer mobile user experience gesteuerte oberflächen arbeiten möchte und entsprechende apps arbeiten möchte für den gibt es bei uns den schwerpunkt it solutions engineering also das heißt wem das immer noch nicht genügend programmieren war programmieren war im stammstudium der kann dann noch mal im umfang von entschuldigung ich lese es gerade nach im umfang von 28 bei uns der schwerpunkt immer an 28 credit points also knapp ein semester kann das noch mal vertiefen die programmierung das heißt wer wenig oder sozusagen den anteil haben möchte der typischerweise in der wirtschaftsinformatik ist kann das haben wer mehr haben möchte kann diesen schwerpunkt dann belegen man muss sich ohnehin irgendwann für einen schwerpunkt entscheiden kann diesen schwerpunkt belegen it solutions engineering und hat dann noch mehr programmierung also wir haben für beide ansprüche etwas dabei und vielleicht wie man es durch vielleicht der kundigere ist durchhören konnte wir haben das wirklich auf zeitgemäßen niveau und versuchen auch die programmierkonzepte so zu vermitteln dass die auch überzeitlich langfristig anwendbar sind also wann immer sich eine programmiersprache ändert ein programmierstil ein vorgehensstil ändert dann kann man sich in diesen selbsttätig einarbeiten muss also nicht noch mal neu studieren sondern wir versuchen da vor allem gute grundkompetenzen zu vermitteln die es einem ermöglichen sich selbst ständig da auch immer auf dem neuesten niveau zu halten ja also sie haben das thema schwerpunkte erwähnt ein schwerpunkt für diejenigen die dort noch tiefer reingehen möchten vielleicht an der stelle das thema schwerpunkte allgemein so ein kleiner überblick welche richtung gibt es noch welche schwerpunkt wobei ich denke wer im detail das dann nachlesen möchte findet dazu ja dann auch infos auf der webseite zum studiengang ich habe den link auch mit in den show notes stehen also wer möchte kann dann nach dem interview nachher auch gerne weiter einsteigen vielleicht trotzdem so ein überblick so welche richtung auch vielleicht so ein bisschen was dahinter stand genau diese schwerpunkte anzubieten also neben it solutions engineering also programmieren bis der arzt kommt ich sage es jetzt mal etwas flapsig haben wir dann natürlich noch IT management ganz ganz wichtig weil das greift direkt auf die kernkompetenzen zurück der euro fh also IT service management also wer zum beispiel in den in den bereich IT leitung gehen möchte oder IT service leitung gehen möchte sei es auch eine abteilung aufzubauen oder oder weiterzuentwickeln ist für den haben wir den schwerpunkt IT management wir haben den schwerpunkt logistik weil wir hier sehr viele logistik wir haben den hafen hamburger hafen vor der haustür und dadurch sind wir ist hamburg ein großer logistik standort dadurch haben wir sehr viele logistik studiengänge von denen hier speziell und wirtschaftsinformatik greift sehr stark natürlich in logistik ein produktionslager logistik transport logistik und so weiter da kann die wirtschaftsinformatik sehr viele konzepte liefern deswegen haben wir da auch einen schwerpunkt logistik dann haben wir einen schwerpunkt business intelligence das betrifft ja den den weiten bereich controlling unternehmenssteuerung durch daten unterstützt zum teil ja sogar schon durch daten getrieben oder auch digitale geschäftsmodelle gleichzeitig haben wir aber auch einen schwerpunkt mit big data ja big data management da merkt vielleicht einer auf was ist jetzt der unterschied das ist mir jetzt fachlich und wissenschaftstheoretisch sehr sehr wichtig business intelligence hat kann big data komponenten haben ja zum beispiel gerade bei entscheidungsunterstützung oder auch bei bestimmten steuerungen also wenn man jetzt auf marketing denkt ja da können sehr sehr viele daten also wirklich echte big data entstehen und das kann ich in die business intelligence und in mein marketing konzept dann entsprechend integrieren aber die echten big data ja also die wirklich schwer heterogen sind und richtig große datenmengen bedeuten die schnell einströmen das ist noch mal eine andere dimension da hat es auch sehr viel zu tun mit mit naturwissenschaften zum beispiel also den klassischen data science im bereich der biologie der medizin pharmakologie und so weiter also das halten wir bewusst getrennt weil es wirklich zwei disziplinen sind business intelligence und big data sollte man als als zwei disziplin sehen deswegen haben wir extra diesen schwerpunkt big data der auch schon ein bisschen an forschung bei uns angebunden ist und dann jetzt muss ich ach so und dann haben wir noch den schwerpunkt ich muss es nicht ablesen gott sei dank digital transformation also wer mehr so in den bereich gehen möchte jetzt sind wir wieder beim thema gesellschaft also gesellschaft mitgestalten was bedeutet das oder auch eine oder digitale geschäftsmodelle entwickeln ideen dazu entwickeln ideen marktreif machen zum beispiel mit mit methoden des design thinking da haben wir sehr sehr schönes design thinking das geht tatsächlich nur in präsenz präsenz seminar untergebracht ist aber nur in dem schwerpunkt wie gesagt und aber auch zum beispiel das digital transformation assessment da sind wir auch wieder bei sinn und unsinn also wie kann ein unternehmen ganz gleich ob es ein industrie wirtschaftsunternehmen oder oder auch ein unternehmen der öffentlichen hand ja eine behörde oder ein verein ist der jetzt irgendwie eine business intelligence bei sich einführen will was durchaus nicht ja das durchaus irgendwann üblich sein wird wie kann man da unterscheiden was mir das bringt also bis zu welchem ausmaß mir das etwas bringt 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 das ein return of invest erst mal ganz platt ausgedrückt also lohnt sich die investition ja und lohnt sie sich kurzfristig langfristig für was will ich das eigentlich für was brauche ich das ein diskretisch zu bewerten also nicht nur zu hinterfragen sondern auch tatsächlich richtig beurteilen zu können mit einer antwort dabei herauskommt da gibt es methoden des digital transformation assessments und da haben wir ein spezielles modul dazu und das ist auch in diesem schwerpunkt digital transformation enthalten und genau dass das waren so im schnelldurchlauf die sechs schwerpunkte ich hoffe man konnte einigermaßen folgen aber ich würde da einfach immer raten auf der homepage das nachzusehen da sind die schwerpunkte noch mal beschrieben auch welche zielgruppen werden speziell angesprochen mit welchem schwerpunkt und was verbirgt sich auch dann an inhalten dahinter ja vielen dank für den überblick und auch noch mal so ihre persönliche note was ihnen dabei dann wichtig ist wählen die studierenden ein schwerpunkt aus diesen sechs oder können auch mehrere gewählt werden man wählt einen tatsächlich also dass das grund also grundschlimm ist falsch das stammstudium so der stammstudium mit seinen 150 credit points ist groß genug dass man sagt da hat man sich noch nicht festgelegt das ist da ist man generalist und generalistin und der schwerpunkt ist wie sagt ein knappes semester man kann nicht falsch wählen aber man kann wirklich seiner neigung nachgehen oder tatsächlich durchaus einem konkreten karriereanspruch oder vielleicht auch einer karriere aussicht ja die im unternehmen besteht wo jemand sagt macht bitte business intelligence wir brauchen nicht im controlling für wir wollen unsere reporting durch digitalisieren dann klar dann kann man dann spricht das für den schwerpunkt wer keine idee hat ja man muss ja auch nicht am anfang sich festlegen wer aber im laufe des studiums noch keine idee entwickelt hat kann eigentlich nichts falsch machen bei der wahl des schwerpunktes das sollte man rein von seinem interesse leiten lassen und überhaupt die berufswahl sollte eigentlich immer neugier und interesse geleitet sein ganz nebenbei ja von robert picture gibt es auch zu den schwerpunkten rückblick ein sehr begeisterter studierender bei ihnen kann ich total unterschreiben die auswahl der schwerpunkte war eine meiner entscheidungsgrundlagen für die euro fh ja frage an dich robert vielleicht mag sie noch kurz in den chat reinschreiben für welchen schwerpunkte du dich dann entschieden hast und ja vielleicht auch kurz warum dann gibt es eine zweite frage die geht ein bisschen in eine andere richtung aber ich finde ja auch was mit den schwerpunkten zu tun vielleicht von der antwort her und zwar fragt axel dick hier noch ob ein data analytics oder data science bachelor studiengang in planung ist oder so mein gedanke dabei ob das eigentlich durch die schwerpunkte schon mehr oder weniger abgedeckt ist also das ist durch die schwerpunkte ab durchaus abgedeckt aber es gibt studiengänge als bachelor studiengänge die noch stärker einsteigen so jetzt muss man sagen das ist jetzt der erste echte it studiengang soll natürlich sind die it management studieren studiengänge auch it studiengänge bei uns aber dieser ist halt wo it vorne steht der wirtschaftsinformatik studiengang und da haben wir natürlich erst mal gesagt gut der generalistische anspruch geht vor deswegen diese 150 credit points erstmal im stammstudium ein verhältnismäßig kleiner schwerpunkt hinten dran aber wer den schwerpunkt ja big data wählt oder business intelligence der hat das dann eigentlich schon jetzt auf bachelor niveau so jetzt kommt so ein bisschen was bildungspolitisches von mir ich sehe eigentlich das vertiefende eher bei den master studiengängen und deswegen habe ich ja den master studiengang business intelligence und integration der tatsächlich auch noch mal im bereich data sciences auch eingedenkt deep learning aber auch konzept und tools e business sehr stark in daten getriebene themen einsteigt und also ich finde immer der bachelor hat ja diesen anspruch von der alte bologna anspruch berufsbefähigend erstmal prinzipiell berufsbefähigend und ich finde diese ausdifferenzierung sollte im bereich des masters stattfinden und deswegen habe ich da diesen master studiengang der ja auch anschluss fähig ist zu dem bachelor studiengang das heißt wer einen bachelor wirtschaftsinformatik studiert hat oder auch bei uns den it management studiert hat oder den digital business management den es ja bei uns auch gibt oder an der willem büchner hochschule wirtschaftsinformatik studiert hat der kann diesen master business intelligence und it integration machen und da kommt man dann sozusagen ganz automatisch in diese spezialisierung hinein ja interessantes statement auch da mal als bekenntnis quasi zum master studiengang für die spezialisierung während es ja ganz allgemein im moment so in der bildung vielleicht auch ferne bildungsbranche sind es teilweise im bachelor schon in sehr sehr feinteilige auch gehalten werden ja auch beantwortet hier was die schwerpunktsetzung angeht ich bin mir noch nicht ganz sicher it solution engineering finde ich schon ganz interessant aber ich will erst mal sehen inwieweit ich mit dem allgemeinen coding modul klarkomme ja gut das ist auch der vorteil dann der frissabuch ist das ja auch schnell leute dass man die entscheidung nicht sofort zu beginnen also tatsächlich das ist jetzt nicht der werbeblock ich kenne ich kenne ja das fernstudium recht gut also ich habe auch für die akad schon gearbeitet und für für verschiedene andere fernstudien anbietende und ich muss sagen dieses coding modul ich kenne keines das besser gelungen ist also jetzt erst mal rein didaktisch inhaltlich ohnehin ist es sehr sehr zukunftsweisend weil es wirklich neuesten konzepte integriert aber didaktisch gesehen es ist wirklich eine sehr sehr schöne rampe wenn man so will die wir da gebaut haben wo man sehr einfach rein kommt und zusammen mit dem fernstudienkonzept wo ein jahr wie gesagt tutorin tutoren zur seite stehen und und mit vielen kleinen bis dann großen übungen glaube ich kommt man schritt für schritt sehr sehr gut rein das nur vielleicht so als kommentar zu dem thema hoffentlich schaffe ich es also mich wird es wundern also selbst wie gesagt ohne vorkenntnisse kann man das glaube ich das coding das coding modul sehr sehr gut schaffen ja da so auch eine mut machen noch von ihnen sehr schön es gab vorhin noch eine frage von steneriff das war hier was ist das neue konzept im vergleich zur wbh da frage an dich steneriff kann es sein dass vielleicht ein bisschen später heute eingestiegen bist weil das war im grunde so unser start heute als frage die wir da hatten also da jedenfalls hinterher die aufzeiten noch mal reinschauen oder wenn das irgendwo noch nicht genug war dann da gerne noch mal nachfrage aber ansonsten hatten wir das eigentlich schon recht detailliert besprochen gut ja wir haben jetzt einige themen schon so am rande mit angesprochen die ich mir auch noch notiert hatte die mir wichtig sind zum einen so das thema umgang mit daten innerhalb des studiums ja das stichwort data literacy schon genannt anderer punkt die internationalisierung sie haben schon erwähnt damit das programmieraufgaben zum teil hat auch da ausgelagert werden aber auch insgesamt findet eine große internationalisierung stadt weil die auch immer weniger mit grenzen verbunden ist wo es durchgeführt wird oder auch wo das tätig ist da einfach noch mal die frage gibt es hier noch aspekte die ihnen wichtig sind auch gerade wieder mit diesem eingangs erwähnten der eingangs erwähnten blickrichtung so auf die gesellschaft insgesamt und was da auch an werten vielleicht eine rolle mitspielt ja also vielleicht da nur eine sache rausgegriffen die aber wirklich für viele andere steht also vielleicht ganz vorweg wir haben eine internationalisation at home in den modulen weil viele studiengänge der eurofahrer haben internationales seminar das habe ich jetzt hier bewusst nicht untergebracht wie gesagt um da den präsenz aufwand schlank zu halten ich weiß auch dass viele das dann scheuen und sagen naja gut dann ist mir der studiengang zu komplex und ich wollte einen generalistischen schlank studierbaren wirtschaftsinformatik studiengang haben deswegen kein fange ich mit dem negativen anderen das ist auch schnell vergessen keine internationale seminar aber internationale sensibilität in den modulen will ich nur eins rausgreifen e-business ja wenn ich natürlich mit meinem e-commerce auftrete auf der plattform dann wird kann ich auch weltweit gesehen werden und das heißt ich brauche eine eine interkulturelle kompetenz wenn ich je nachdem welches geschäftsmodell ich habe klar wenn ich lieferdienst habe der brötchen in nachbarschaft schickt das ist dann weniger heikel aber je nachdem wie mein geschäftsmodell ist und mit welchem globalen oder internationalen anspruch das geschäftsmodell entschuldigung untersetzt ist brauche ich eine interkulturelle kompetenz das heißt wenn mein mein e-business oder überhaupt mein digitales geschäftsmodell in die globalisierung hinein skaliert wird das hat auswirkungen auf das look in viel des angebots auf die angebots palette an sich auf die logistik die dahinter steht und auch auf die technik ja also mit einer klassischen monolith monolithischen e-business vier schichten architektur brauche ich nicht zu kommen wenn ich das skalieren möchte ja also den dinosaurier kriege ich irgendwann nicht mehr eingefangen wenn ich den dann noch weitere spezielle funktionalitäten relativ schlank mitgeben möchte also braucht man so etwas wie micro services architektur so und dass da ist man dann automatisch schon sogar bei technischen aspekten ja die am ende aber irgendwo mit der intention zu tun haben okay international skalieren und das also das passiert in den modulen das heißt da ist internationalisierung oder auch internationales vernetzt sein internationale abhängigkeit auch lieferketten zum schwerpunkt logistik lieferketten sind 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 international abhängig was wir sehr sehr schmerzlich gemerkt haben durch diesen grausamen krieg der dann mit den sanktions folgen gekommen ist oder auch mit dem mit dem abbruch ganz anderer lieferketten also das da sehen wir wie wirtschaftsinformatik hier sehr dynamisch sein muss und das versuchen wir in den betreffenden modulen dann auch mitzugeben ja vielen dank also auch diese aspekte werden damit berücksichtigt bevor wir gleich noch mal ein bisschen auf den master zu sprechen kommen noch eine frage die so in die richtung methodik noch mal geht medieneinsatz haben wir ja schon besprochen welche formate da genutzt werden also das thema prüfung das hatten wir noch nicht und ist auch für viele spannend auch wieder an diesem aspekt flexibilisierung muss ich dafür vor ort sein kann ich meine prüfungstermine selbst festlegen welche prüfungsformate gibt es in dem studiengang wirtschaftsinformatik und wie flexibel sind diese auch für die auswahl der studierenden also es fängt damit an dass ich sage welche prüfungsform ist für ein modul angemessen also zum beispiel datenkompetenz das ja ganz am anfang des studiengangs steht da habe ich zum beispiel eine unbenotete prüfungsaufgabe also man muss sie bestehen man muss man muss das machen aber das datenkompetenz der der literacy ist so komplex das kann ich nicht in eine klausur packen eine zweistündige und schon gar nicht benoten und deswegen habe ich da eine aufgabenstellung die für die man vier wochen zeit hat also eine kleine hausarbeit wenn man so will jetzt aber so gleich am anfang des studiums hausarbeit rocken ja also mache ich es unbenotet damit man sich also da erstmal auch für die endnote nichts ins nichts ins nest legt ja aber aufgerufen ist sich mit dem modul trotzdem auseinanderzusetzen also es ist ein pflichtmodul aber in der prüfungsform harmlos reingeht dann gibt es etliche module kann man eine klausur anbieten die bieten wir an zehn standorten bundesweit in einmal in präsenz an auch weiterhin und auch in zukunft weil es menschen gibt die das so wahrnehmen wollen und auch sollen und gleichzeitig bieten wir online proctoring an das ist tatsächlich man arbeitet zu hause an der klausur also bieten ohnehin alle klausuren ja monatlich an also man kann in jedem modul monatlich seine prüfung ablegen entweder wie gesagt an den zehn standorten in präsenz oder halt zu hause man wird dort halt per kamera das ist dieses proctoring ja man wird per kamera von einer aufsichtsperson beobachtet während man da seine klausur schreibt jetzt zucken bestimmt viele zusammen sagen das will ich aber nicht naja dafür ist die präsenz dann da der kann ja dann lieber in ein nächstgelegenes studienzentrum gehen da seine prüfung machen wer aber sagt oder das vielleicht mal ausprobiert und auch sagt auch war gar nicht so schlimm irgendwann fühlte ich mich gar nicht mehr beobachtet ich konnte dann auch schön arbeiten ja für die hat es halt viele vorteile man kann ja trotzdem also wenn man jetzt sagt naja bevor ich damit grafik tools jetzt ne wenn man jetzt eine modellierungsaufgabe der klausur hat und bevor man jetzt mit grafik tools da in der aufregung nicht hantieren kann kann man ja auch dinge handschriftlich skizzieren weiterhin kann es abfotografieren hochladen also das online proctoring ist ist keine ist nicht weniger konvenient als wirklich die präsenzklausur im schlimmsten fall kann man sogar alles handschriftlich machen wer es unbedingt will ja weil in der aufregung das am einfachsten ist bevor man nicht tippen kann oder nicht richtig alles tippen kann gerade in der informatik formeln und formelzeichen und 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 ja oder mal eine weistabelle machen oder da macht man es halt handschriftlich fotografiert das ablädt es hoch und trotzdem hat man es zu hause gemacht keine reisezeit kein kein urlaub genommen man kann sofort wenn die klausur zu ende ist an den geschirrspielautomaten und ihn ausräumen und sich wieder dem haushalt widmen also alles ganz konvenient also dass das wird beides angeboten und dann sagen wir natürlich in einzelnen modulen wo es eine hausarbeit angemessen wo es eine projektarbeit angemessen allein oder im team oder halt auch im rahmen eines seminars dass man sagt es findet ein seminar statt zwar sind grund aber mit einem schluss mit einem synchron schlusstermin wo man zum beispiel lösungen vorstellt die werden dann dort mündliche prüfung wenn man so will ja die werden dann dort bewertet also da gibt es ganz ganz verschiedene prüfungsformen wo wir immer schauen dass in den betreffenden modulen dass auch angemessen dann ausgewählt wird ja noch eine rückfrage zum proctoring wie ist da die betreuung ist die deutschsprachig oder ist die irgendwo ausgelagert englischsprachig war das auch so eine frage die einigen dann schon vielleicht von der sprachkompetenz aber doch manchmal ein problem was für die verständlichkeit vielleicht bei dialekten schon mal angehen kann ja also es ist tatsächlich es wird aus indien beobachtet und die sprachkompetenz ist ausreichend wirklich im wortsinne das ist jetzt nicht beschönigt es aber auch nicht mehr aber wir evaluieren ja alle veranstaltungen genauso evaluieren wir natürlich auch klausuren also nicht in service wie läuft es und wir haben verschwindend wenige problematische rückmeldung also es wird sehr sehr stark angenommen also wir haben jetzt im letzten jahr tausende online proctoring klausur teilnahmen gehabt die rückmeldungen sind wo es zur katastrophe gekommen ist wirklich im einstelligen bereich will ja nichts beschönigen es passiert ja aber ist ja nicht schlimm also wir sind auch so kulant und sagen okay das war jetzt natürlich ein frei versuch dass man nicht dann durchgefallen ist trotzdem ärgerlich genug dass man vier wochen später den nächsten samstag wieder nochmal auf den punkt lernen muss und 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 aber wie gesagt es ist selten genug und die rückmeldungen sind im großen ganzen positiv wir werden es aber trotzdem weiterhin evaluieren aber wir beobachten also es gibt ja auch die abstimmung mit den füßen wir beobachten dass von der präsenz zum proctoring es sich immer mehr verlagert also immer mehr nehmen das proctoring war ich denke mal auch weil sich wie gesagt es unter den studierenden rumspricht also ich ich selbst kann da gar nicht so viel ich sehe nur die evaluationsberichte also quantitative qualitativ kann da so viel nicht zu sagen dann über das hinaus ich denke dass das da gibt es bestimmt sehr sehr viele gespräche auch auf plattform bei studierenden unter sich weil wir auch nicht die einzige hochschule sind die das machen und genau also da da muss jeder sich ein eigenes bild machen für uns ist wichtig präsenz muss weiterhin angeboten werden das werden wir nie aufgeben weil das wirklich immer noch einen bestimmten teil an klientel gibt die berechtigter weise dass das abfragen und abfordern und das werden wir weiterhin anbieten ja auch ein schönes bekenntnis dazu ich muss für einige sagen ich habe zum beispiel zu hause entweder nicht die ruhe nicht das umfeld dazu oder die technik ist doch nicht so stabil dann noch alternativen zu haben was so den ablauf angeht habe ich jetzt schon häufig mitbekommen am anfang ist das unklar vielleicht auch mal ein bisschen unverständlich aber im grunde und wiederholen sich ja die schritte und viele die wissen dann schon wann sie quasi nicken oder was zeigen müssen weil der ablauf dann doch immer gleich ist gibt es auch eine möglichkeit das ganze mal zu testen vorab so eine probe klausur zu machen jetzt haben sie mich erwischt da müsste ich jetzt also wenn ich jetzt unsere kanzlerin hier hätte dann könnte ich sie das fragen wenn da die möglichkeit gibt im nachhinein eine schriftliche also irgendwie das noch im chat nachzulegen dann nehme ich die frage gerne mit ja können wir gerne im kommentar hinterher reinschreiben ansonsten für wen es wichtig ist auch einfach mal bei der studienberatung dann gegebenenfalls also ich denke mal schon dass wenn jemand bei der studienberatung also bei seinem studienbetreuer oder betreuerin ein technik check abfragt dann wird er nicht verwehrt dann kann man den machen ja ansonsten mal ein kommentar hinterher noch mal dazu ich notiere mir das auch noch mal das da bräuchte ich vielleicht eine erinnerung oder ich notiere es mir gleich okay schreiben wir noch was dazu okay ja dann haben wir noch den master business intelligence and it integration jetzt haben wir schon die eine richtung quasi haben wir gesagt dass der bachelor wird schon informatik auch die anderen bachelor dieser it richtung kommen qualifizieren für diesen master was ist jetzt mit denjenigen die vielleicht einen anderen master an der euro fh machen möchten im anschluss welche master kommen da noch in frage ja es gibt doch den master digital business management also der ist wieder stärker auf digitale geschäftsmodelle im engeren sinne abgezielt also der dann wieder merkt mehr das sogenannte kaufmännische vermittelt also das das wirtschaftswissen ich sage so genannt weil das männlich nicht 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 sich nicht gendern lässt also dass das wissen sozusagen schwerpunkt vermittelt dann gibt es natürlich im bereich logistik einige master für die der bachelor studiengang wirtschaft und informatik prädisponierend ist dann sehr sehr interessant wer also noch weiter auch sich spezialisieren will im bereich finanzen und unternehmenssteuerung gibt es ein master controlling und finance also ich hatte ja vorhin schon was politisches losgelassen zum thema bachelor und master also oft ist es tatsächlich gar nicht so schlecht nach einem bachelor ja bewussten ganz anderen master drauf zu setzen zu sagen okay wirtschaftsinformatik habe ich eigentlich bin ich jetzt mit grundkonzepten ausgestattet um mich selbsttätig auch weiterzubilden auch auf masterniveau und ich möchte jetzt immer im master wenn ich studiere ein master weil ich vielleicht auch zertifikat brauche für einen karriereschritt höherer dienst irgendwas mache ich bewusst was ganz anderes da gehe ich in die psychologie der führung oder wie gesagt controlling und finance oder ins sportmanagement oder was weiß ich ja also dass man sagt da entsteht eine ganz interessante interdisziplinäre mischung und das wird ja auch heute in den betrieben vielfach nachgefragt dass das jemand eben nicht nur auf einem gleis unterwegs ist sondern seine kompetenzen in im zusammenspiel anbieten kann und deswegen würde ich sagen der vielfalt sind da keine grenzen gesetzt ist ja so dass bei uns die masterstudiengänge auch oft mit einem mit einem brücken studium kommen also ich kann das jetzt nur für den business intelligence und integration sagen und auch für den im moment übrigens in der entwicklung betroffenen wirtschaftsinformatik master an dem ich sitze mit unter anderem einem einem schwerpunkt cyber security management was ich was ich außerordentlich wichtig bin es gibt kaum master in deutschland moment zu dem thema und da bieten wir selbst wenn jemand mit dem bwl studium kommt oder ja also dass das nicht so einschlägig ein it studium ist bieten wir ein brücken studium an man sagt na das ist dann noch mal auf bachelor niveau wo man mit so fünf sechs modulen einfach noch mal rein kommt in das thema und predisponiert wird also vorbereitet wird dann das was ihm im master erwartet auch gut zu kapieren und dem auch gut folgen zu können so dass ich auch mal schaue dass dass man in einem masterstudiengang der auch it-lastig sein markt trotzdem als quereinsteiger gut rein kommt ja spannend auch diese ankündigung dass es auch ein wirtschaftsinformatik master geben wird tatsächlich auch eine frage von mir gewesen also wer da doch recht konsekutiv er unterwegs sein möchte wird da auch künftig dann irgendwann die möglichkeit haben gibt es da schon starttermin den sie mitteilen können oder lieber noch vorsichtig nächstes jahr sage ich mal der ist noch in der planung aber wie gesagt übrigens der ist nicht konsekutiv im engeren sinne der schließt natürlich genau an den bachelor an also es ist nichts was einen dann sozusagen wiederkehrt sondern er schließt genau dran an an den an den wirtschaftsinformatik bachelor aber erst bewusst ein weiterbildungs master weil wir halt wie gesagt quereinsteiger zulassen möchten und das konsekutive ist mir vom profil her zu einengend und ich biete das lieber weiterbild dann ist übrigens ja kein kein widerspruch zum konsekutiven das ist dann mit das konsekutive nehmen wir mit sozusagen der schließt an den bachelor an aber soll halt auch andere klientele mitnehmen das okay wie es erwähnt haben da gegebenenfalls ein brückenkurs noch dazwischen geschaltet so dass dann die aus dem bereich kommen die haben es nicht doppelt sondern diejenigen die aus einem bisschen richtung kommen die können dann vorher diese anpassung vornehmen oder oder wer auf die 300 cp kommen will weil die master sind bei uns 90 und die die bachelor 180 das macht 270 ist auch ein unterschied zu vielen büchner die die addieren das immer schön zu 300 210 plus 90 und wir machen das halt 180 plus 90 weil wir auch finden dass man damit auch gut zurecht kommt gibt aber auch noch eine besonderheit in hessen gibt es das betriebspraktische semester das man mitrechnen muss und so weiter will ich jetzt aber nicht zu kompliziert machen lange rede kurzer sinn wer die 300 braucht der kann auch dieses brückenstudium machen und kommt auf die 300 cts oder auch außer hochschulisch erworbene aus weiterbildung oder bestimmten projekten am arbeitsplatz die durch arbeitszeugnis nachgewiesen sind auch diese zusätzlichen 30 cts erwerben warum erwähne ich das weil wir haben ja auch promotionen bei uns also doktor arbeiten die wir betreuen die natürlich dann kooperativ an an ulis am ende das formale verfahren machen aber die werden bei uns betreut zum teil auch auf projekt stellen in selbst eingeworbenen drittmitteln und für die promotion braucht mehr die 300 cts und deswegen habe ich das erwähnt also wer bei uns auf die 300 am ende kommen möchte beim master obwohl er nur wie gesagt diese 90 plus 180 hat der kann auch dann mit so einem zusatz mit so zusatz modulen auf die 300 kommen da noch mal vielleicht zurück zu den schwerpunkten für den die halt auch da mehr credit points sammeln möchten wäre da auch eine option dann doch noch einen zweiten schwerpunkt dazu zu nehmen ich weiß nicht wie viele cps haben um da halt noch ein paar punkte zu ergänzen also das überlege ich also man könnte das über wir bieten ja die schwerpunkte zum teil als zertifikatskurse an dann könnte man das machen aber jetzt mal ganz ehrlich gut jetzt bin da bei der wirtschaftsinformatiker noch am anfang ich habe noch nicht so viele erfahrungswerte nur der studiengang hat ja gerade erst gestartet im letzten februar aber die meisten wiederholungstäter wie wir sie intern nennen kommen tatsächlich über die anrechnung außerhochschulischer kompetenzen also wer in einem arbeitszeugnis entsprechend nachweisen kann dass man wirklich auch akademische inhalte praktisch integriert und auch weiterentwickelt in projekten sozusagen ja bearbeitet hat weiterverfolgt hat kann sich auch das anrechnen lassen oder bestimmte weiterbildungen können auch angerechnet werden wenn sie das entsprechende niveau haben und das ist eigentlich der viel häufigere fall als dass jemand dann mit geld und zeit ja muss man auch berechnen also diese zusatzmodule diese zertikurse kosten ja dann auch wieder geld sich das dann anrechnen zu lassen das kommt aber immer auf den individuellen fall an da kann ich jetzt noch nicht so richtig viel zu sagen das war jetzt ein bisschen spekuliert weil da sind die fallzahlen noch nicht hoch genug dass ich sagen kann okay wie viel gehen denn bei uns in dem master und machen und brauchen auch die 300 cp am ende und das 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 da muss ich noch ein bisschen beobachten ja und wer da in die richtung irgendwo überlegungen hat kann sich ja noch mit ihnen verbindung setzen oder mit der studienberatung um dann zu schauen welche lösung kann man das stimmt also ich sehe gerade es lohnt sich auch wieder sehr die community hier mit dabei zu haben die uns in dem fall sogar arbeit abnehmen kann also sie brauchen sich keine gedanken mehr machen zum thema probe klausuren bei den online proctoring ja das geht man kann es vorher ausprobieren dankeschön vielen dank auch von meiner seite so gesehen bin ich hier ja auch noch neu deswegen hatte ich jetzt mit der frage nicht gerechnet bin ja seit seit märz 21 erst festangestellt hier wieder und genau das ja umso schöner finde ich man merkt im chat ist dann gleich jemand man kann es gleich mit reinbringen und aus studierenden sicht also gleich bestätigt dass es da die möglichkeit gibt ja prima wir kommen so langsam zum ende unseres interviews und ich mache zum abschluss mal so dass ich mir wünsche von meinen gesprächspartner in einem blick in die zukunft zu tun und daher auch meine frage an sie jetzt herr buchholz welche trends sehen sie jetzt im bereich der wirtschaftsinformatik wenn sie in die zukunft blicken vielleicht drei fünf jahre in die zukunft was sich jetzt schon so abzeichnet und um dann auch wieder die vergüpfung zu haben zum studiengang wie werden diese im studiengang berücksichtigt finden wie agil sind da auch die inhalte und wie sorgen sie auch dafür ich meine noch ist der studiengang ja eh ganz frisch aber er wird ja hoffentlich auch lange zeit angeboten werden dass die programme dann nicht altern mit der zeit mein gesundes alter im sinne von reifen ist ja ganz gut aber sie trotzdem was neue themen angehen halt mit der zeit dann auch gehen ja gerade auf die wirtschaftsinformatik warten unendlich viele themen also ich weiß gar nicht wo man anfangen soll also nachhaltigkeit ökologie und in der ökologie nicht nur jetzt die berühmte green it sondern auch dass es gründung gibt im bereich des zivilgesellschaftlichen oder auch auf ökologie ausgerichtete geschäftsmodelle die dann auch wieder ihre besondere unterstützung brauchen was ja immer bei der modellierung anfängt ja wie modelliere ich so ein geschäftsmodell das ist auch durch it angemessen unterstützt werden kann bis hin auch in geschäftsmodelle die ganz besonders auf gleichstellung diversität achten wollen dann überhaupt das große thema akzeptanz und beherrschbarkeit von systemen die systeme werden komplexer werden größer wie machen wir sie skalierbar auch da gucke ich jetzt in nach 10 20 jahren nach vorne ja auch systeme die komponenten enthalten deren verhalten nicht hundertprozentig vorhersagen und beweisbar ist also sprich machine learning und kai komponenten da wird uns noch vieles begegnen auch das kritische reflektieren darüber also wo wollen wir auch wieder hin zu einem digital detox was kann kai was darf kai kann man auch oder überhaupt auch neuerungen im bereich des digitalen wie kann man das kritisch reflektieren kritisch hinterfragen wo der wo die technik doch ihre grenzen hat also man sieht schon es bis hin zum thema auch ich hatte es eben gerade angerissen gründung also gründung ist immer noch ein stiefkind in deutschland wir merken dass also ich habe das in kassel gemerkt wo ich wo ich geschäftsführer transfer war wie schwierig das wie viel dazugehört absolvierende auch gründung schmackhaft zu machen und das ist ein ganz also da gibt es ein enorm weites feld deswegen habe ich auch entrepreneurship in vielen schwerpunkten drin ja weil man sich als als beratungsbetrieb niederlassen kann gerade das bereich big data ki da gibt es enorm viele beratungsunternehmen die industrie dabei beraten ja mit big data zu nutzen für geschäftsmodelle oder für für prozessoptimierung lange rede kurzer sinn sie sehen schon ich könnte eine stunde lang darüber wirklich reden was da wartet und und was dazu gehört da auch die kompetenzen aufzubauen und ich habe in dem studiengang drei säulen sozusagen die einen zukunftsfit machen die eine säule ist das ist die wichtigste an der kommt man nie vorbei grundkompetenzen vermitteln die einen befähigen also die eine derart überzeitliche gültigkeit haben dass sie einen befähigen sich stets auch mit neuen themen und neuen konzepten vorrichtungen technologien so auseinanderzusetzen dass man sie dann auch selbst tätig oder im team zum einsatz bringen kann also nutzbringend verwerten kann oder auch ihre nutzen derart kritisch einschätzen kann dass man sagt nein brauchen wir nicht oder ist ein kurzzeitiger hype zum zweiten bringen wir gerade diese ganzen neuen themen die ja wirklich im unendlich schnellen stakkato in der informatik kommen die bringen wir als themen unter also selbst wenn etwas in studienbriefen nicht behandelt wird können wir es in den seminaren behandeln wir können es zum prüfungsgegenstand machen wir können es zum projekt gegenstand machen oder zum zum gegenstand einer hausarbeit wo jemand sich selbst tätig mit etwas auseinander setzen kann mit einem neuen thema das ist sozusagen das schnelllebigste dynamischste wo wir wo wir einfach wir brauchen ja ohnehin immer neue prüfungen ja wo man sagt dann brauchen wir neue prüfungsthemen und die werden uns auf dem silbertablett serviert täglich ja das ist die zweite säule die dritte säule ist dass wir tatsächlich ein wieder vorlage system haben das klingt jetzt sehr sehr knorrentrocken aber wir wir sind natürlich gezwungen unsere materialien regelmäßig anzuschauen und sozusagen so welches der themen die aufgekommen sind in dem kompetenzbereich können wir absehen dass sie von einigermaßen überzeitlicher qualität sind so dass wir sie auch wirklich in der vermittlung des grundwissens berücksichtigen müssen explizit und aus den drei säulen und da haben wir ein qualitätssystem ja also ich kriege wirklich richtig meine e mail hallo dein heft ist und so alt das musst du also das kommt aus einer art automatismus heraus und dann gucke ich mir das an und entscheide natürlich muss ich was machen muss ich nicht und falls ja was 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 gehört da rein so und da sind wir also praktisch auf diesen drei säulen kontinuierlich unterwegs und da kann ich eigentlich sagen dass der studiengang dadurch eigentlich immer auf neuestem niveau läuft ja vielen dank für diesen blick in die zukunft diesen blick hinter die kulissen was das thema qualitätssicherung angeht was auch häufig bei mir diskutiert dass da quasi ein proaktiver mechanismus vorhanden ist der dann auch nach gewissen zeitabständen signalisiert schau dir mal an was du da gemacht hast passt das alles proaktiv übrigens auch tatsächlich durchaus zusätzlich reaktiv ganz vergessen vierte säule rückmeldung von studierenden und tutoriellen kräften die sagen ja ich bin da jetzt in den studiengang aber in dem einen modul das kam mir schon ein bisschen älter vor ja oder dann da haben wir tatsächlich eine möglichkeit auch sehr zeitnah zu reagieren also gerade studierenden rückmeldung nehmen wir sehr ernst die landen bei mir tagesaktuell mindestens in einem ticket dass ich dann natürlich nach eigenem takt abarbeite aber es ist da es wird nicht vergessen und ich versuche es versuche tatsächlich auch möglichst also wenn es um aktualisierung geht da auch trotzdem schnell darauf zu reagieren und zu sagen okay jetzt müssen wir ein studienbrief auch an der stelle überarbeiten das ist tatsächlich sogar noch eine vierte säule die die sie da gerade ansprechen also nicht nur ich nur borgfieb lohnt sich auch viele studierende sind ja auch in der praxis und bekommen da auch wahrscheinlich dann schon sehr schnell zu spüren wo vielleicht noch vielleicht ist gar nicht nicht korrekt ist aber wo man noch was ergänzen kann und wo sich so trends dann auch frühzeitig im echten berufsleben dann so abzeichnet man sagt ja da kann ich noch was gebrauchen dann auch dabei ja das war sehr informativ vielen dank an sehr krasser buchholz für die einblicke zum bachelor wirtschaftsinformatik und den master business intelligence and it integration und an der stelle auch vielen dank an alle die sich hier im chat beteiligt haben mit fragen zum studiengang aber auch hier über picture mit ja mit leben aus dem studiengang schon aus sicht des studierenden und ja genau ich danke danke auch allen zuhörerinnen zu hören für geduldiges und interessiertes zu hören was man an den wirklich sehr konstruktiven rückmeldung und interessierten rückmeldung gemerkt hat und danke aber auch also ich hoffe dass ich etwas beitragen konnte zur sortierung des bildungsmarktes und an sie natürlich auch ganz großen dank für die gelegenheit dass ich hier sprechen durfte und mich ihren fragen stellen durfte ja sehr gerne ich war auch für mich sehr informativ und freue mich auch dass es so eine große resonanz schon gegeben hat und ja info noch an alle wenn ihr jetzt noch weiter informieren ich auch gerade noch mal so um die rahmendaten die fakten die wir jetzt gar nicht so im detail angesprochen haben website sowohl des bachelor als auch des masters sind verlinkt in den show notes und auch eine infoseite zu herrn professor buchholz wo ihr auch noch mal das ein und andere ergänzen könnt und wenn dann doch noch fragen hinterher auftauchen dann nutzt gerne die kommentare dazu ich werde das weiterleiten an die euro fahr und dann bekommt ihr da auch noch antwort vielen dank und einen schönen abend noch ebenso vielen dank einen schönen abend